Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu CraftsWorld. Ja, einige haben sich beschwert, dass ich keine Anmoderation mache. Das habe ich somit getan. Und ich habe zwischen der letzten und dieser Folge ein ganz kleines bisschen gebaut, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und zwar habe ich versucht, sozusagen eine Art Dach über die Luke zu setzen, denn ich habe das Rezept für ein Dach noch nicht gefunden. Und ich habe dieses Totem hier reingesetzt, sodass die Zwerge schlafen können. Essen liegt mittlerweile auch auf dem Tisch, wie ihr sehen könnt. Ja, dann lassen wir die armen kleinen Zwerge mal den Schlaftikrechten schlafen. Und ich muss noch mindestens zwei Betten aufstellen, denn wir haben ja sieben Zwerge und nur fünf Betten. Dann werden wir mal ein paar Betten bauen. Ich habe in der Nichtaufnahme, also sozusagen zwischen Folge sechs und sieben, habe ich eine Holzwand gefunden. Yay! Wir können jetzt sozusagen die Rückseite unserer Hütte, unserer Behausung mit Holz auskleiden. Und das werden wir dann auch tun. So, wir wollten, was wollten wir? Betten machen. Wo sind denn die Betten? Hier brauchen wir Holz. Hier haben wir Holz. Machen wir gleich mal ein paar Betten mehr, weil wir kriegen bestimmt noch ein paar Zwerge dazu. Und dann können die sich gleich in die Kiste legen. So, ich will mal mal acht, können wir machen. Fünf, machen wir mal vier Betten. Vier Betten, das reicht. So, ich habe übrigens parallel hierzu eine Übungswelt angefangen. Und da habe ich schon richtig viele Rezepte gefunden, aber immer noch nicht das, was man gebrauchen kann. Also, was man gebrauchen kann, ist falsch. Klar kann man das gebrauchen, aber viele Sachen sind, weiß ich nicht, die habe ich und kann sie noch nicht nutzen, weil mir zum Beispiel für, ähm, wie heißen die, so Backsteine, der Ton fehlt. Und, ähm, ja, für Backsteine braucht man Ton und für Ton braucht man ein Rezept. Also, das ist echt blöd. Aber naja, Totems, kann ich eigentlich Totems herstellen jetzt mittlerweile? Weil dann könnten wir das oben, könnten wir das oben hinstellen, dann bleiben die Geister fern. Und dann, sowas brauche ich für Glas, Kohle und Sand. Äh, nee, das ist Eisen, hier ist Kohle. Ich finde das ja total doof, dass man das nicht mit Klick reinmachen kann. Sand haben wir nicht viel, da müssen wir noch ein bisschen sammeln gehen. Nee, war das andersrum? Andersrum wahrscheinlich. Ja, gut. Ach, ich brauche eine Schmiede. Da haben wir das doch schon wieder. Ach, wie blöd. So, ich stelle jetzt nochmal zwei Betten auf. Damit die anderen Zwerge auch pennen können. Hier in die Leiste. Na? Das kann da nicht dahin aber. Und das stellen wir dahin. So, jetzt habe ich für jeden Zwerg ein Bett. Ah ja, okay, das ist auch noch in dem Bereich. Sehr gut. Diese blöden Ameisen müssen wir dann nachher mal killen. Das ist, dieses Gewimmel geht mir echt auf den Nerv. Der, 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 hallo. Wer baut denn da oben einen Stein weg? Ach, du ahnst es nicht. Jetzt, wie viel Leben hat der kleine Bursche hier? Es wird schon Tag, die verbrutzeln gleich. Also, kein Ding. Ja, alles schön wieder da rein. So, sehr schön. Die verbrutzeln auch gleich. Oder verdünnisieren sich? Ja, die verdünnisieren sich in die Erde. Sehr schön. Ähm, ja. Ein Nahkampfbuch haben wir sehr gut. Wir brauchen noch, ach, da ist ein Loch. Okay, warte. Das flicken wir gleich. Und wir brauchen unbedingt eine Tür. Damit wir hier raus können. Können wir eigentlich schon Türen herstellen? Eine Stahltür. Dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Schmiede, ne? Jo, wer hätte es gedacht? Ach, Mensch. Das ist doch eine Steinsäule. Oh. Wann habe ich denn das Rezept gefunden? Silberner Helm, Handsäge. Ein Luxusbett. Dafür brauche ich eine Werkbank. Habe ich eine Werkbank? Hm. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen was zu essen für die Jungs. So. Blätter. Ach, da brauche ich bestimmt eine Küche. Die habe ich ja auch noch nicht. Jo. Ach, wie dämlich ist das denn alles? Da hängen noch mal ein paar Leitern auf. Klick schlafen ist auch gut. Ich glaube, ich werde mich dann hier mal gerade runterbuddeln. Hier ist Sand. Ach, hier liegt noch ein Rezept. Das ist wahrscheinlich dieses Luxusbett. Genau. So. Stein, Stein, Stein. Ne. Da wollte ich mich ja hochbuddeln. Oder runterbuddeln. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Einen Eimer könnten wir auch mal gebrauchen, um Wasser zu sammeln. Nein. Es gab doch Rezepte, da brauchte ich Wasser. Na ja, wir legen noch mal ein bisschen Salat auf den Tisch. Ach, den haben wir schon da unten drin. Äpfel essen die... Ach nee, das sind Bären. Äpfel essen die ja auch direkt. So. Und wir können hier noch mal eine Lampe aufhängen. Bisschen dunkel hier in der Hütte. Da. So. Entferne Fackel. Können wir die hier drüber aufhängen? Genau, da hängen wir noch eine hin. Und hier noch eine. So. Wie, wo ist mein Bett? Da ist doch dein Bett. Mein kleiner Freund. Bist du müde? Ja, der ist echt müde. Geh schlafen. So, den schicke ich jetzt ins Bett. Ich brauche noch eine Luke. Huch. Ich brauche noch eine Luke. Dann können wir da oben raus. So. Lager. Lager. Luke, Luke, Luke. So. Mach mal noch fix eine. Was ist denn das hier? Mit Riel? Ach ja. Wo habe ich denn das gefunden? Eine Luke. Und die setzen wir dann... Da oben drauf. So. Und noch eine Leiter. Die Drü. Ich werde angegriffen. Wo denn? Nee, werde ich nicht. Ich habe irgendwas gefunden, glaube ich. Die Drü. Habe ich irgendwas gefunden? Wo sind sie denn, die Jungs? Ach, es säuft ab. Los, schwimm hoch. Ja, es tut mir leid. Ich kann momentan leider nichts anderes herstellen, außer gemischten Salat. So, hier ist dunkel, hier ist dunkel. Da. Der gräbt sich auch immer weiter. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Den muss ich umbringen. Der hüllt mir hier alles aus. Ach, wie süß mit feinem Bogen. Ach, wie geil. Jo, immer truff. Oi, du. Immer truff. Gott, die sind so süß jetzt, ja, ne? Ich werde angegriffen. Wo denn? Da. So, das kann man auch abbauen. Und hier ist Sand. Ich vermute zumindest, dass es Sand ist. Wir brauchen unbedingt mehr Lampen. Das ist irgendwie so dunkel. So, Licht. Oh, ich mache auch noch den Gar aus. Ich sage es euch. Da komme ich nicht dran, oder? An die Blätter. Also, das hier ist eine Werk... Ist das eine Werkbank? Das ist eine Werkbank, genau. Sehr gut. Die haben wir schon mal. Wir brauchen noch eine Schmiede. Verdammt. Da müssen wir bestimmt noch weiter runtergraben. Hm, hier machen wir mal noch ein bisschen Kohle weg. Das ist Kohle, nehme ich mal an. So, und hier oben auch. Komme ich da überhaupt dran? Weiß ich gar nicht. Leitern können wir noch mal ein paar herstellen. Leiter. So. Bäume brauchen wir ganz, ganz dringend. Also hier Holz. Bäume müssen wir unbedingt fällen. Naja, elf Stück. So. Dann schicke ich hier mal ein paar Jungs Bäume fällen. Huch, ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Nein. Ich werde angegriffen. Ja. Schon wieder so ein komisches schwarzes Vieh. Och, und in einer Minute ein paar zerquetschen kommt die nächste Monsterwelle. Na gut, dass meine Zwerge jetzt ausgeschlafen sind. Zum größten Teil. So, der hier nicht. Den legen wir jetzt mal in die Kiste. Okay. Bäle Zwerg. So. Okay, schlafen. Ausgeschlafen, ausgeschlafen. Oh, die sollten aber mal was essen. Geh essen. Der schläft. Der ist ausgeschlafen. Der auch. Der sollte auch mal was essen. Habe ich noch genug auf dem Tisch liegen? Ne, natürlich nicht. Und der sollte schlafen. So jetzt. Na? Ich habe keinen Salat mehr. Oh mein Gott. Ich habe nichts mehr zu essen. Und ich habe keine Äpfel. Die können aber auch Tannenzapfen essen, meine ich. Habe ich gelesen. So. Tut mir leid, da müsste Tannenzapfen essen. Ach, noch 20 Sekunden. Und ich habe noch 20 Sekunden. Na ja, gut. So. Ach nee. Jetzt kommen schon wieder diese blöden Trolle. Ach, die mag ich ja gar nicht. Wobei, die lassen viele tolle Sachen fallen. Die Frage ist, ob die... Ja, die bauen sich ja diese komischen Hochlaufdinger. Ein Rezept. Ein Steinwall. Yes. Jetzt brauchen wir... Dafür brauchen wir Wasser. Jetzt brauchen wir Eimer. Echt, das zieht hier ein Problem nach dem anderen nach. Mensch. Eimer. Rezept. Mann, Mann, Mann. Der hier buddelt fleißig. Das ist gut. So. Kommt Jungs, sammelt den Kram ein. Zack, zack. Guck mal, ich werde hier vielleicht noch einen Stein hinsetzen. Die buddeln sich da rein. Das gibt es ja wohl nicht. Ja, ich glaube, es hackt. Wo rennt der denn hin? Ach so, der schießt. Okay. Ja. Kommt Jungs, ihr schafft es. Gemeinsam seid ihr stark. Diesem blöden Geist. Auch gleich mal einen auf die Glocke geben? Jawohl. Steinwall. Wie mache ich denn Steinwall? Ach ja, mit Wasser und Sand. Och, Mensch. Sand ist ja das geringste Problem, aber wir brauchen... Geh schlafen. Da haben wir auch mal drauf. So, und du legst dich jetzt schön brav in die Kiste. Gerade aufgestanden und schon in Angriffsstellung. Yay, Zombie-Hirn. Yay. Kann man da... Was kann man damit eigentlich machen? Wo ist das eigentlich im Inventar? Wo landet das eigentlich? Habe ich noch keins? Doch hier, sieben Stück. Was macht man denn damit? Ach ja, Tränke. Okay, naja, da bin ich ja mal gespannt, wann ich die denn mal herstellen kann. Geht der mit dem Hirn runter in die Mine? Ja, auch gut. Der wird auch angegriffen. Ach, Mensch. Immer diese elenden Monster. Ach, guck an. Dieses kleine Drecksvieh. Ja, ihr Lieben, wir sind doch schon wieder am Ende einer Folge. Und übermorgen seht ihr, wie es weitergeht. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.